Danke fürs Zuschauen. Wenn Sie sich wohl fühlen, melden Sie sich für einen Kanal an, um 5000 Abonnements zu erhalten. Der Waldbrand im brandenburgischen Jüterbock hat sich auf einer Fläche von rund 600 Hektar ausgebreitet. Die Lage ist nicht unter Kontrolle, sagte eine Sprecherin der Stadt am Dienstagmittag. Die Winde treten ständig. Das erschwere die Arbeiten vor Ort. Eine Gefahr für die Anwohner bestehe derzeit nicht. Dennoch sollten Türen und Fenster geschlossen bleiben. Derzeit versuchen die Einsatzkräfte, den Flammen mit einem Löschhubschrauber der Bundespolizei Herr zu werden. Wir können wie in jedem Jahr nicht alle Brandherde löschen, da erneut die munitionsbelasteten Flächen brennen, teilte Jüterbocks parteiloser Bürgermeister Arne Rau mit. Der Brand in Jüterbock war am Montag ausgebrochen. Einen ausgesprochen gefährlichen Schlafplatz suchte sich am frühen Dienstagmorgen ein 52-jähriger Mann in Hamburg. Laut Polizei stürzte er am S-Bahnhof Reeperbahn offenbar unter erheblichem Alkoholeinfluss im Gleisbett und lief anschließend in den Tunnel. Dort soll er sich schlafen gelegt haben. Gegen 8 Uhr und 30 Minuten habe er sein Nachtlager verlassen wollen. Der Fahrer einer S-Bahn bemerkte den Mann und bremste geistesgegenwärtig. Demnach erschrak der 52-Jährige derart, dass er stürzte und sich an der Hand verletzte. Die im Berufsverkehr besonders hochfrequentierte Strecke musste für etwa eine Stunde gesperrt werden. Das Herzen war nur kurz in einem Tankstellen-Shop. Das nutzte eine Dogge im hessischen Kassel, um ihm einen gehörigen Schrecken einzujagen. Der an einem Radstände-Angele-Interfe beinahe unternahm einen Fluchtversuch. Dabei ließ er sich auch von dem Fahrradständer nicht beeindrucken. Als der 31-jährige Besitzer zurückkam, hatte es die Dogge schon bis auf einen angrenzenden Parkplatz eines Supermarktes geschafft. Im Schlepptau, der Fahrradständer Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, versuchte der Mann daraufhin die spanische Dogge einzufangen. Demnach zerkratzte der Hund bei dieser Verfolgungsjagd mit dem Radstände ein parkendes Auto.